Musik Das ist gut. Blech, wir machen ein gutes Go. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Ich wäre dafür, dass wir den Wind jetzt schon auswechseln. Ich wäre dafür... Du bist gecapt und du kannst es machen. Stimmt, ich habe das geil. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Ja, aber weisst du, wenn es schlimm ist... Du hast schon wieder weg, gut gemacht. Ja, aber du... Es ist einfach ein Schnellchen, Mann. Ja... Bittes. Es ist ein Schnellchen, man. Ich habe fast nicht mehr den Tag. Es ist sehr komisch. Klasse, Aktion, Ball ist weg. Ich bin echt befreit. Schau mal, du sagst. Die alten Spieler, jeder steht weg. Und eine Frau, meine, lässt sich irgendwie umschiffen lassen. Fuhre geficken, der Schätz. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er muss schneller spielen. Ich hatte ihn gar nicht, das ist eben schlimm. Komm doch dran! Das ist doch gefährlich! Mach meinen Teil. Die doppelten... ...doppelten Salto macht er. Ja... Komm, Winti! Hey, meiner ist so daneben. Özil. Ja, er gewinnt jeder Zweckhand. Pass, weg ist der Ball. Von der Rolle ist er. Von der Rolle ist er. Hopp. Ja. Wiesen. Wiesen. Jetzt gibt einen Einwurf. Oh, der Ball. Kannst du noch mal. Negredo. Kamuels. Oh! Starkkontrolle! Die macht er nicht. Er wird wirklich noch mal gegen Abgeschossen. Es gibt Ecke. Wir kommen wieder da los. Ja, du machst einen auf Wind. Ja. Ja. Die Ecke kommt rein. Gefallen erstmal aber rein nicht nach dieser Reingabe. Jetzt aufpassen vor dem Konterreisler. Da wäre Platz für den Konter. Ja. Ja, schau jetzt. Offside! Offside! Du dummes... Du bist der dümmste, was es gibt auf dieser Welt. Das ist ja gut für uns. Komm, spiel noch kurz. Aber mach schnell! Achtung, er spielt. Ja! Aber weisst... Das frage ich auch nicht. Dass die die kurzen Bälle nicht flach spielen. G. Und der feiert heute Geburtstag. Was machst du, weisst du? Ja, weil ich Spaß drücke, wenn ich das Spiel... Also... In die Ökkel rein, sagen wir es so. Weisst du, dass die... Der geht nicht. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Foul. Foul. Es geht bei Schluss. G. Jetzt wird es gefährlich. Foul. 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 Erstmal gekehrt an dieser Reingabe. Foul. 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 Es ist so klar, dass er in die Mitte läuft. Aber ich kann ihm den Ball nicht fortnehmen. Es ist so unlogisch. Das ist vielversprechend aus. Hat er nicht können spielen. Nein! Aber schau mal das so an. Es gibt 3 Leute durch den Ball. Das ist so unlogisch. Guter Zweikampf. Das ist gut gespielt. Einer hat sofort Rücktrück gehabt, dass er hoch spielt. Der passt. Der Tor. Oh! Kommt er! Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Oh! Der passt! Der ist auch... Neeee! Neeee! Das ist der Linkfuss! Das ist der Linkfuss, Son! Nein! Scheisse, Mann! Sorry, Mann! Röschu! Wenn du jetzt eine Winti weißt, hättest du ihn nicht gemacht. Nein! Sorry, Guillermo. Das ist ein Video. Aber ihr nehmt jetzt das aus der Nebensonne. Ich meine... Ich bin ja Prometheus-Eldspieler. Das ist Glück, Mann! 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 Das ist die Torauslinie, Ecke! Ja, aber weißt du, mit mir passt. Das ist wieder erste Sahne. Nur, dass ich das gezeigt habe, dort auf den Wind. Ich bleibe da ein wenig hängen. Der Keeper schnackt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Ja, ja. Ich habe etwas probiert. Da habe ich den Vögerfitter. Er nimmt den Ball ab. Da kommt der Schuss! Wir hören mal. Ja, da einfach nicht genau genug gezielt. Ah, sorry, Jungs. Das hätte ich so machen, aber... Es war einfach die Konzentration. ...überhastet gewesen. M1 und Viti hast du. Dann siehst du jetzt, wie wichtig das hier die Mauer ist. Das könnte eine Gelegenheit werden. Uhhh, Schad, Domi. Komm, 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 komm! Komm, komm! Nochmals, komm! Nochmal, Domi! Ah, der geht rein! Ei! Das Tor noch! Der Rekord ist... Klank der Tier, klank! Ecke, schön, die Lernen. Wir drücken, wir drücken. 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 Jetzt, wir drücken. Super, der Kopfball! Nein! Nein, ich habe keinen Power-Kopfball. Ja, aber ich schiesse dich fast ab. Weisst du, so gemelchen wie die Goner. Kannst du nochmals, Röschel? Ich habe ihn gar nicht. Das ist ein klasse Pass. Jetzt müssen sie aufpassen. Sehr guter Einsatz! Er steht. Er steht schon wieder, Idiot. Er steht schon wieder. Oh, Quasi. Er geht in die Mitte. Der ist so klar, dass er in die Mitte ging. Stark. Immer das Fressen. Das könnte die Chance werden! Der Ball kommt! Gut. Mit dem Block. Da haben wir noch. Unschlag, das ist gefährlich. Ja. Nicht reden. Aber er versteckt sich. Der versteckt sich. Jetzt schiesst er! Ecke. Ecke. Jetzt wird's gefährlich. Ecke. 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 Jetzt wird's gefährlich. Ecke fisch. Nein! Nein! Jetzt ist es glaube ich nicht! Ich sehe noch mal einen Schuss! So haben sie sich das vorgestellt. Wo ist das die Innenverteidigung? Lauf eh falsch? Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Muschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und die Art, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. So! Da hätten wir also einen Tor. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aber ich finde der Tommi verdammt viel. Das geht. Das klappt dort. Oh, der Platte. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig. Ja, das ist irgendwie... Nicht rot. Nicht rot. Keine. Wird's jetzt gefährlich? Und da verlieren sie den Ball. Hey! Hey! Du, das ist nicht mal faul! Fati! Flanke, Flanke! Kommen wir! Jetzt die Flanke! Wo kommt der so hoch? Und da muss der auch hin! Oh, der ist doch der, der will durch sein! Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kumpeln! Ja, ich bin mir hier drin, aber aus irgendeiner Posten, wie so ist. Ja, er ist ja verklagt, dass er da ist. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. Aber wieder schön, der Tommis Szene gesetzt. Was macht der? Nein, was macht der? Uff! Das ist so unlogisch. Das ist ein Foul! Jetzt gibt's noch vor lange Zeit. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist eine gute Zeit. Können wir überhaupt absteigen? Nein. Nein, können wir nicht. Aber wir können Sieger der Herzenweite! Ja, genau. Abwehr hat aufgepasst! Äh... Und... Jetzt haben wir verdammt... Die Spieler sind zurück! Die zweite Hälfte beginnt! Stark! Einfach zu schlecht, zwei Tore gespielt! Ja... Ösi... Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor! Nein! Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln! Gut gemacht! Er spielt den Ball per Kopf weiter! Ja! Ich kann euch sagen, er spielt den Ball! Das ist so klar! Das ist der Hink vom Ball! Wir haben ja noch gespielt! Wir bleiben hinten im Rücken! So leicht dürfen Sie es dem Keeper natürlich nicht, Mann! Aber sonst hat das Timing geschwommen! Ja, sonst... Ja, aber... Schritt spät! So! Ja, das ist so unlogisch! Ich habe keinen Zweikämpf mehr! Er läuft gleich neben durch! Das ist doch nicht normal! Der Verdeidiger ist so schlecht! Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufzuziehen! Nein, aber schau mal! Schau mal! Schau mal, dass es nicht so ist! Okay... Er läuft gleich neben durch! Dann ist er immer drin! Schaut doch gut aus! Er steht 2 zu 0! Bisher spielen Sie hier... Ohne grosse Probleme! Jetzt wird es gefährlich! Lange Flanke! Nein! 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 Nächste Flanke rein! Da ist die Flanke! Auf den Ball, Faust und der Weg! Guter Einsatz! Sie können ihn also einfach nicht überwinden! Nein! 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 Bei dem Domi habe ich auch eine Hure checken! Jetzt hat es Hauptsballduell mal gewonnen! Aber nein! Aber nein! Aber nein! Jetzt könnte es gefährlich werden! Das ist doch noch nicht mehr! Der hat die Geschmack! Ja! Nein! Nein! Das ist doch klar, Mann! Das ist so klar! Da passt er auf und geht dazwischen! Ja! 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 Das ist doch! Und da klingelt es im Kasten! Wieso haben wir so schlechte Verteidiger? Mindestens so entscheidend wie der Abschluss war hier die Vorbereitung! Das haben sie krasse gemacht! Ja! Ich bringe den Ball jetzt nicht vor! Das fahrt schon bei mir an! Ja! Aber schau mal! Was macht der Verteidiger dort? Wieso geht der auf den Ball? Wieso hast du Domi verletzt? Einseitige Nummer! Sie liegen ganz klar vorne! Ja! Ich bin schon bei den Ball jetzt! Ja! Fati! Oh nein! Jetzt schau mal die Spieler ab! Bitte! Wir müssen den Mann aus Sursee einwechseln! Ja! Oder lang raus! Weil ich glaube, der hat noch keine Bauberührung gehabt! Das könnte die Chance werden! Okay! Gut verteidigt hier! Das ist sein Spiel! Ich habe gedacht, dass das so spät auf sollte! Wenn es gut geht, hat er freie Bahn! Aber hier war es abseits! Spiel doch hier, Mann! Da würde ich messen! Der spielt nicht! Özil! Schlängt es noch! Da dreht er ihn vom Ball! Long! Geht doch zuhört! Gut, Mann! Da kommt der Pass! Jetzt vielleicht! Klasse Flanke! Da hätte ich ihm andere sollen geben! Und jetzt wird es Einwurf geben! Ja gut, das wird er auch nicht wirklich an den Steuern! G! Und per Kopf weiter gespielt! Schöner Rückpass! Negredo! Kurze Flanke jetzt! Keeper war dran! Er faustet den Ball weg! Immer so mit hohen Ballen! Das ist so unlogisch! Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich! Dann kommt er durch uns aus, wenn er... Super! Wenn man so schlechte Verdeidiger hat! Das ist nicht Paul! Das ist nicht Paul! Das ist Paul! Da stand er gut! Und gibt Freistoss! Ich habe nicht können! Er ist schnell gespielt! Wieder ein guter Pass von ihm! Nicht das erste Mal heute! Nein! Da holt er den Ball zurück! Gutes Stellungsspiel! Und so holt er sich den Ball! Schutt! Da kommt der Schuss! Da geht er runter und kann den Ball abwehren! Komischerweise geht er über den Hammer immer rein! Komm kurz! Einer kurz! Einer kurz! Einer kurz! Kurze Ecke! Negredo! G! Da hat er sich mächtig fühlt! Boom! Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss! In die dritte Ecke! In die dritte Ecke! In die dritte Ecke! In die dritte Ecke! Ich habe gemeint, es geht nicht! Ich habe gemeint, es geht nicht! Kurzer Blick zur Uhr! Viertelstündchen haben wir noch! Ich... Aber meine Lauf nach der Tür! Das ist doch kein... ...der hat es so wichtig! Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können! Geh, aber man! Man hat kein Spiel! Schön dazwischen gegangen! Ballverlust! Können wir so einfach aufhören? Nein, ich glaube überhaupt nicht! Tommy, du bist im Offset! Komm ein bisschen entgegen! Er passt ihn auf den Flügel! Hey, ich werde ihre Seite weg! So wieder! So, und jetzt können wir noch mal... ...schnell einen Blick auf diese... ...grossartige Rettungsaktion des Torhüters werfen! Das ist was für ST! Wir bringen keinen Ball! Keinen Ball bringen wir rein! John! Das macht er gut! Schiess! Ja, gut! Achtung, Leute! Ich werde den verdammt! Ich werde den verdammt! Ich werde den verdammt! Ich werde den verdammt! Er würde mich verdammt! Er würde mich verdammt! Hey, hey! Der Tür ist eine schlechte Schlenze, die ich auch gesehen habe! 9 Minuten bis zum Ende! Ich würde das nicht schaffen! Aber jetzt kann er nicht mehr! Hey, warte! Der Tür wird mich verdammt! Das ist erstmal vorbei! Der Spinner ist dazwischen gegangen! Könnt ihr gegenlaufen! Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff! Das war eine einseitige Partie! Und wir sehen einen verdienten Sieger! Ja, aber nein! Kann ich ihn nicht annehmen! Hier, verdammt! Aber ist das noch lustig? Wenn du einen Kropel bekommst, du sollst wirklich einen Match abhocken! Du müsstest... Weisst du... Das wäre ein Ruhrenwitz! Komm noch mal, Vinti! Unter! Nein! Ah! Unter! Steht der einfach quer! Steht der einfach quer! Schau dir das im Video noch mal an, wenn du alles hättest können spielen! Und das die dümmste Entscheidung getroffen ist! Ja gut, bei 3-0! Jetzt wird es gefährlich! Da ist die Flanke! Ohne Scheiss, Mann! Ja, ja! Komm, hör doch! Ja, ja! Ohne Scheiss, Mann! Wir müssen fälschen! Nein, nein! Jetzt wird es ein Go-Go! Jetzt wird es ein Go-Go! In dieser Aktion! Weil du dort fälscht Spass fälscht! Schau dir das an! Schau dir das an! Er fälscht noch! Sogar noch abfüssen! Ja, aber wieso haben wir so Huren Gurken-Spieler? Ein tolles Kopfball-Tor! Da siehst du natürlich nie so gut aus, bei einem Eintor! Helfen, Mann! Ich gerne mit Helfen! Ich muss doch kissen! Ich muss doch kissen! Was passiert jetzt? Drei Minuten nach Helfen! Hier grätschen, Mann! Kurz vor Schluss gibt es noch einen Freistoss! Ah, nein! Ich bin mir sicher, dass ich es nicht brauche! Das ist korrekt! Es gibt Geld! Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung! Okay! Das Spiel ist total schwach gelang! Jetzt vielleicht! Ja, genau! Ja, du bist doch total an! Ich weiss, hätte ich total Dreck! Ich spieler! Also, das ist FIFA! Wir haben einen Mal in den Gegenden! Ja! Das ist genau das! Und ich habe mich aufgeregt, bei dem Spiel machen! Der hat nichts von diesem Spiel gesehen! Nein! Das Problem ist, wir sind die Kopfball nicht super weg! Druck hält ihr ihm einfach ab! Die Fans werden uns freuen! Ja! Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig! Und lange zu spielen ist auch nicht mehr! Und jetzt die Chance! Super Einsatz von Torhüter! Ja! Ja! Das Dreck! FIFA hat uns wieder alle Nerven gekostet! Das kommt an den Kopf vor! Jeder Schuss geht rein! Bei den anderen, bei dir passiert nichts! Immer das gleiche in diesem Scheiss Spiel! Trotzdem lieben wir es! Wenn du unser Pro Team, unser Schweizer Pro Team auch feierst! Dann gib einen Daumen auf! Abonniert meinen Channel! Dann wirst du keine lustigen Pro Teams Videos verpassen! Also bis bald! Hau rein! Und Tschüss!